So, hallo an alle, ich bin der David und ich werde heute mit euch die Racket-Übung 6 besprechen. In dieser Übung geht es hauptsächlich um Funktionen höherer Ordnung, also um Funktionen, die andere Funktionen als Parameter erhalten. Hauptsächlich geht es hier um die Funktionen Map, Filter, Fold R und Fold L. Die Thematik der Übung ist eben das Zusammenbauen von einem Computer, bestehend aus CPU, GPU und Mainboard. Und hier sieht man die drei Structs, also ein CPU hat Name, Socket, Clock, Calls, Price und so weiter. Und das Wichtige hier ist, dass für einen Computer ein paar Sachen hier übereinstimmen müssen. Das heißt, wenn ich mein CPU in mein Mainboard einbauen will, dann müssen die denselben Sockel haben. Und wenn ich eine GPU in meinem Computer benutzen will, dann muss es den Connector vom GPU auch in den Connectoren von Mainboard geben. Das wird hier auch nochmal erwähnt, dass dieses Matching immer stimmen muss, wenn man Computer zusammenbaut. Hier nochmal kurz zum Hinweis. Hier wird erwähnt, dass es zwei Varianten von Fold gibt. Eine, die quasi von links nach rechts über die Liste läuft und eine, die von rechts nach links über die Liste läuft. Der Grund dafür ist, dass nicht alle Operationen kommutativ sind in der Mathematik, also man kann nicht bei jeder Operation die Operanten vertauschen. Bei Addition zum Beispiel ist sowas egal, aber habe ich als Operation sowas wie Subtraktion, dann sieht es schon anders aus. Dann kommen bei Fold L andere Ergebnisse raus als bei Fold R. Das Wichtigste an dieser Ausübung ist, dass man keine selbstgeschriebene Rekursion benutzen soll, sondern immer diese vier Funktionen. So, in der ersten Aufgabe sollen wir eine Funktion schreiben, die eben eine CPU oder eine GPU bekommt und dann die Performance per Euro von diesen Geräten ausrechnet. Die Berechnung für die CPU in dem Beispiel ist, also die Berechnung für alle ist erstmal Performance durch Preis und Performance wird bei der CPU ausgedrückt durch Taktfrequenz mal Kerne. Wollen wir also erstmal dieses Taktfrequenz mal Kerne ausdrücken, das hilft bei Racket immer so von innen nach außen zu arbeiten, weil die Klammern ja auch so geschachtelt sind, haben wir als Funktion mal und jetzt brauchen wir die Taktfrequenz von dem CPU, von der CPU, die kriegen wir mit CPU-Cores und dann CPU und jetzt brauchen wir die Anzahl an Kerne, also CPU-Cores, oh, sorry, Clock, das ist die Taktfrequenz, so, CPU. Also haben wir hier einfach, wir multiplizieren diese zwei Operatoren, der erste Operator ist die Taktfrequenz und der zweite Operator ist die Anzahl an Kerne. So, jetzt sollen wir das Ganze noch durch den Preis teilen, also schreiben wir hier vorne eine andere Funktion hin, wir teilen und wir teilen dieses Produkt hier, durch was wollen wir teilen? Wir wollen durch den Preis teilen. So, das ist jetzt unsere Performance per Euro schon. So, was jetzt noch zu tun ist, ist jetzt soll der Wert auf drei Nachkommastellen gerundet werden. Die in Racket schon vorhandene Funktion round rundet immer zu der nächsten Ganzzahl, einfach so, wie man das Runden kennt. Aber man kann nicht sagen, hey, Runde auf drei Nachkommastellen, deshalb müssen wir ein bisschen cheaten quasi. Und wir sagen, wir multiplizieren erstmal das Ergebnis von davor mit 1000, weil 1000 quasi drei Nullen hat und wir wollen drei Nachkommastellen haben. Dann nehmen wir dieses Ergebnis, das ist ja hier, und das runden wir jetzt. Das heißt, das Ergebnis mal 1000 ist jetzt zur nächsten Ganzzahl gerundet. Und wenn wir das jetzt wieder durch 1000 teilen, dann haben wir dieses mal 1000 durch 1000 quasi ausgelöscht. Aber wir haben in dem Prozess auf die drei Nachkommastellen gerundet, wie es in der Aufgabenstellung gefordert war. Also das ist generell, wenn man nur eine Methode hat oder eine Funktion zum Runden auf Ganzzahlen, kann man das auch benutzen, um auf Nachkommastellen zu runden. Und da ist auch das Runden auf die Stellen beliebig. Also man muss nicht unbedingt auf Stellen runden. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf 50 oder sowas runden will, dann kann ich hier auch einfach 50 hinschreiben. Aber das wollen wir ja nicht. So, jetzt sollen wir das Ganze noch für die GPU machen, nur dass bei der GPU ganz einfach die Performance ausgedrückt wird durch die Gigaflops. Das heißt, wir sind am schnellsten, wenn wir hier einfach unsere Lösung kopieren. Und hier, wo die Performance ausgedrückt wurde von der CPU, schreiben wir stattdessen einfach hin GPU Gflops GPU. Und jetzt brauchen wir hier noch GPU Price vom GPU. So, dann wäre das auch schon fertig. Noch ein kurzes Beispiel hier zu dem Typ. Wir wissen, als Input kriegen wir eine CPU und unser Return-Type, das schreiben wir mit diesem File, dieser File heißt, die Funktion gibt zurück, wollen wir halt eine reelle Zahl. Das kann natürlich auch eine irrationale Zahl sein, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt bei Preisen. So, und hier bei Returns schreibt man einfach im Klartext auf Englisch hin, was die Funktion macht. Also, Returns the Performance per Euro of a CPU wäre hier der Beispiel. Und dasselbe können wir für die Methode hier machen, nur dass sie eine GPU nimmt. Genau. So, in der H2 soll nun die Methode, ich sage die ganze Methode, die Funktion CPU Mainboards implementiert werden. Diese bekommt eine CPU übergeben und eine Liste von Mainboards und soll dann die Mainboards von denen hier zurückgeben, wo die CPU reinpasst, also die mit dem passenden Sockel. Hat man so einen Fall von, wir wollen in einer Liste bestimmte Elemente rausfiltern, dann eignet es sich immer, die Funktion Filter zu benutzen. So, Filter bekommt als ersten Parameter die Funktion, die für jedes Element der übergebenen Liste ausgeführt wird. Und dann diese Funktion muss eben ein Boolean zurückgeben und wenn diese Funktion für ein Element true zurückgibt, dann bleibt dieses Element in der Liste und wenn diese Funktion für ein Element false zurückgibt, dann fliegt dieses Element raus. Ich mache mal ein illustratives Beispiel. So, was diese Lambda-Funktion ist. Lambda ist einfach eine Funktion, die keinen Namen hat und hier ist die Parameterliste und hier ist der Rumpf der Funktion. Also, wir nehmen ein x rein und geben den Wert von equal x0 zurück. Das heißt, wenn hier als x die Zahl 0 reinkommt, dann wird true zurückgegeben, sonst wird false zurückgegeben. Und wenn wir jetzt hier, der zweite Parameter bei Filter ist die Liste, die wir filtern wollen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen 0, 0, 1, 0, 2 als Liste, dann würde Filter hier durchgehen und sich jedes Element angucken und für jedes Element hier diese 0 hier in das x einfügen und dann hier ausführen, gucken was zurückgegeben wird und dann entscheidet, ob dieses Element in der Liste bleibt oder nicht. Also, geht es hier in die 0, kommt hier rein, das gibt true zurück, also bleibt es in der Liste, dasselbe für das. Hier geht es auch rein, hier wird aber false zurückgegeben, also wird das rausgeschmissen, dann geht es hier rein, geht hier wieder in die Funktion, return true, bleibt also drin und die 2 fliegt wieder raus, genau wie die 1. Das heißt, dieser ganze Wert würde eben die Liste 0, 0, 0 zurückliefern. Aber das wollen wir natürlich nicht machen, sondern wir wollen die CPUs und Mainboards eben passend auswählen. Dann hilft es sich erstmal zu überlegen, wie wir überhaupt bestimmen können, ob ein Mainboard und eine CPU zusammenpassen. Und die passen ja genau dann zusammen, wenn sie denselben Sockel haben. Also können wir einfach sagen, equals, nein, equal. Und jetzt brauchen wir den Sockel von der CPU, das ist CPU, Socket, CPU. Und dann brauchen wir den Sockel von dem Mainboard. Das wäre also Mainboard, Socket, Mainboard. Und genau, nun ist jetzt hier die Sache, dass Mainboard nicht definiert ist und das ist auch nicht schlimm, weil das werden wir uns jetzt durch die Lambda definieren. Wir sagen einfach, ja, Lambda. Und die Lambda nimmt ein Mainboard als Parameter und gibt das hier zurück. Jetzt ist Mainboard definiert, also dieses Mainboard ist genau dasselbe wie hier. Und so schließen wir den Lambda-Ausdruck und sagen, okay, welche Liste wollen wir filtern? Wir wollen Mainboards filtern. Also was das jetzt macht, ist genau wie bei den Zahlen. Es geht durch jedes Mainboard durch, fügt es hier in den Lambda-Ausdruck als Parameter ein. Dann wertet es den Lambda-Ausdruck aus und falls der True zurückgibt, bleibt das Mainboard drin. Falls der False zurückgibt, fliegt es raus. Und das war es eigentlich schon. Jetzt noch kurz zu den Typen. Der erste Parameter ist eine CPU. Der zweite ist eine Liste an Mainboards. Das schreiben wir hier so. Und jetzt kommt der Rückgabewert und wir geben ja wieder eine Liste auf Mainboard zurück. Das ist bei Filter immer so. Der Return Type von Filter ist derselbe wie der Typ der Liste, die man reinsteckt. Jetzt sagen wir noch zu der Beschreibung. So, sowas wäre doch sprechend. So, als nächstes in der H3 sollen die Funktionen Price und Performance per Euro implementiert werden. Dabei widmen wir uns erstmal der Funktion Price. Also, Price ist besonders darin, dass ihr Argument Parts eben entweder eine Liste von Komponenten sein kann oder direkt eine Komponente. Deshalb müssen wir in der Funktion selbst unterscheiden, basierend auf was unser Input ist. Weil wir ja eine Fallunterscheidung machen müssen, eignet sich hier ein If-Block. Also, wir sagen If. Ein Block ist eigentlich falsch. Das ist ja eine Funktion. Und dann kommt als erster Parameter die Bedingung. Und unsere Bedingung ist, ob Parts eine Liste ist. Also, wir sagen List-Fragezeichen gibt quasi True zurück, genau dann, wenn Parts eine Liste ist. Falls das der Fall ist, dann wird hier das erste Statement ausgeführt. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen, wir wissen, ja, okay, wir haben jetzt eine Liste von Parts. Und wir wollen jetzt den Price von jedem Part zusammenaddieren. Und dieses Zusammenaddieren oder Akkumulieren heißt meistens, dass hier eine Art von Fold gefragt ist. Also, fangen wir erstmal an. Fold L mache ich am meisten, weil es von links nach rechts irgendwie sich natürlicher anfühlt. Aber es ist bei Addition eh egal. Dann als zweites kommt der Lambda-Ausdruck. Und hier könnten wir jetzt schreiben, okay, wir wollen einfach Addition definieren als Lambda-Ausdruck. Das ist ja einfach hier ein Lambda. Nimmt XY und gibt zurück deren Summe. Aber das Schöne ist, was wir hier geschrieben haben, ist eigentlich direkt, was Plus schon ist. Also, können wir hier stattdessen einfach Plus schreiben. Denkt dran, dass Plus hier kein Operator ist, sondern einfach das Symbol der Funktion der Addition. Dann als nächster Parameter kommt unser Startwert. Diesen Startwert brauchen wir ja, weil wir der Funktion sagen müssen, mit welchem Zahlenwert er ja anfängt beim Addieren. Wir wollen ja bei Null anfangen, deshalb schreiben wir Null hin. Und jetzt hier kommt die Liste, die wir folden wollen. Und jetzt wollen wir hier ja eine Liste an Preisen haben. Aber wir haben ja nur die Parts. Deshalb müssen wir jeden Part in dessen Preis umwandeln. Und dieses Umwandeln geht sehr gut mit Map. Also, wir sagen Map. Dann kommt hier der Lambda-Ausdruck. Und die Funktion, die wir benutzen wollen, ist wieder Price. Also, das ist genau dieselbe Funktion, die wir hier angeben. Und dann kommt hier die Liste, so Parts. Was hier jetzt passiert, ich kann diesen Ausdruck nochmal erklären. Erstmal dieser Ausdruck. Map nimmt jedes Element der übergebenen Liste. Dann machen wir hier erstmal ein Beispiel. So was. Und dann steckt das jedes Element in eine Lambda-Funktion rein. Schreiben wir hier auch mal was rein. Beispielsweise so was. Die hier nimmt einfach ein x und addiert 2 drauf und ergibt das zurück. Und schreibt dann den resultierenden Wert in eine neue Liste rein. Also, wir nehmen die 1, tun sie hier rein, nehmen das Ergebnis, also in dem Fall 3, und tun sie in eine neue Liste rein. An dieselbe Stelle, wo hier die 1 steht. Dann nehmen wir die 2, machen dasselbe. Das heißt, hier würde eine Liste rauskommen, wo drin steht 3, 4, 5. Bei Map ist die Liste immer genau gleich lang. Bei Filter war das anders. Bei Filter kann die Liste auch genau gleich lang sein, wenn Lambda immer true zurückgibt. Oder sie kann auch empty sein. Geht alles. Aber es ist auf jeden Fall eine Liste, die bei Filter rauskommt. Genau wie bei Map. Schreiben wir hier wieder den alten Ausdruck hin. Also, was hier genommen wird, ist, für jeden Part in Parts wird Price ausgeführt. Was Price macht, wenn ein einziger Part übergeben wird, das haben wir noch nicht definiert. Das kommt gleich. Das ist ja, wenn diese if-Bedingung hier fehlt schlägt. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass das hier der richtige Ausdruck sein muss. Und dieser Ausdruck gibt dann eine Liste zurück, die alle Preise der Parts enthält. So, jetzt wollen wir diese Preise alle summieren. Deshalb sagen wir, wir benutzen Fold mit der Addition. Wir fangen mit 0 an. Und dann kriegt er die Liste aller Preise. Und was er dann macht, ist, er fängt mit der 0 an. Er addiert 0 mit dem ersten Preis. Dann speichert er das Ergebnis. Dann nimmt er das Ergebnis und addiert den zweiten Preis. Und dann speichert er das Ergebnis. Dann nimmt er das Ergebnis, addiert den dritten Preis. Das macht er, bis er alle Preise durchlaufen hat. Und dann gibt dieses Fold L genau eine Zahl zurück. So unterscheidet sich auch Fold L prinzipiell von Map und Filter, dass Fold L auch was anderes zurückgeben kann, was nicht unbedingt eine Liste ist. Hier gibt Fold L eine Zahl zurück. Es kann auch ein Boolean zurückgeben. Es kann auch wieder eine Liste zurückgeben. Aber bei Map und Filter muss garantiert eine Liste rauskommen. Und bei Fold L kann was auch immer rauskommen. So wie man es sich halt hier definiert hat. So, also hätten wir den ersten Teil von unserer Bedingung schon implementiert. Was jetzt noch fehlt, ist der Fall, wo Parts nur ein Part ist. Also müssen wir jetzt hier erstmal die verschiedenen Parts unterscheiden. So eine Mehrfachunterscheidung geht am besten mit Cont. Also wir schreiben Content. Und jetzt kommt hier eine Liste an Bedingungen. Das ist quasi wie ein If-Else, 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 If-Else Block in Java. Als erstes könnten wir zum Beispiel prüfen, ob wir eine CPU übergeben bekommen haben. Also nehmen wir einfach CPU? Parts. Also wird das, was ich jetzt hier hinschreibe, ausgeführt und zurückgegeben, genau wenn Parts eine CPU ist. Und was wollen wir zurückgeben? Wir wollen den Preis der CPU zurückgeben. Das geht einfach mit CPU Price, CPU. So, falls das nicht der Fall ist, geben wir hier den zweiten If-Else-Block quasi. Else-If. Und jetzt könnten wir prüfen, ob wir eine GPU übergeben bekommen haben. Also fragen wir GPU Parts und dann einfach den Preis von der GPU. So, jetzt kommt der letzte Fall und wir wissen, es gibt ja nur noch einen möglichen Fall und das ist, dass Parts ein Mainboard ist. Also können wir einfach schreiben Else und geben hier zurück Mainboard Price Parts. Oh, vergessen, das hier ist falsch. CPU und GPU sind hier die Structs und nicht die Variable, die wir testen wollen. Sagen wir mal so, den Parameter, den wir testen wollen, hier hätte Parts hingehen müssen. Jetzt nochmal zum Typ, weil der Typ hier ein bisschen komplizierter ist. Wir haben hier ein Oder-Typ, also wir kriegen ja hier rein entweder eine CPU oder eine GPU oder ein Mainboard oder eine Liste an. Also eine Liste von und dann wieder dasselbe. Und das Ganze gibt zurück eine Zahl, also real. So, Performance per Euro funktioniert eigentlich genau gleich, nur dass hier statt Price die Performance per Euro zurückgegeben werden soll. Und wenn es keine Performance per Euro gibt, soll einfach der Preis zurückgegeben werden. Dann machen wir es uns am leichtesten, wenn wir hier einfach den Körper kopieren und sagen, ja. Hier anstatt Price benutzen wir Performance per Euro. Und hier anstatt CPU-Price wollen wir jetzt hier die Performance per Euro der CPU ausrechnen. Aber dafür haben wir ja hier oben schon eine Funktion definiert. Also benutzen wir die einfach, die CPU Performance per Euro. Und kriegt hier Parts. Und das ist ja eine CPU in dem Fall, weil wir das ja geprüft haben. Dasselbe machen wir hier. Und diesen letzten Fall können wir gleich lassen, weil wir ja den Preis benutzen sollen, falls es keine Performance per Euro gibt. Für das Mainboard gibt es ja keine Performance per Euro, weil wir für Mainboard keine Definition von Performance gemacht haben. So, dann kommen wir auch schon zu der H4. Bei der H4 geht es ganz viel um Rankings und so die beste Kombination von Computern, Heraussuchen, Aufgaben. Die erste Aufgabe, Best Mainboard, funktioniert so. Wir bekommen eine Liste an Mainboards übergeben und eine Funktion Ranker. Diese Funktion Ranker, die kommt von außen. Also die ist jetzt nicht in der Vorlage drin. Aber wir wissen, was der Vertrag von Ranker ist. Also hier steht ja, Ranker bekommt ein beliebiges Bauteil übergeben und liefert einen Zahlenwert zurück. Das heißt ja, wir haben einen Part und kriegen eine Zahl zurück. Und hier steht auch, Ranker kann auch eine Liste von Bauteilen bekommen und gibt dann die Summe zurück. Und das ist ja eigentlich schon alles, was wir wissen wollen. Um Ranker zu benutzen. Wir müssen nicht wissen, wie Ranker intern funktioniert. Das ist so ein bisschen wie ein Comparator in Java, der bei euch später dran kommen wird. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier eine Minimumsuche implementieren. Und jetzt denkt man mal dran, wie man das in Java vielleicht machen würde. Also in Java würde man eine Variable speichern, die den aktuell kleinsten Wert beinhaltet. Und dann würde man für jedes Element in der Liste das neue Element mit dem aktuell gespeicherten Minimum vergleichen. Und falls es kleiner ist, dann ersetzt man das gespeicherte Minimum durch das neue Element. Und das macht man so lang, bis man am Ende der Liste angekommen ist. Und genau dasselbe machen wir hier auch in Racket. Nur formulieren wir das mit einem Fold L. Also wir sagen Fold L. Und jetzt brauchen wir eine Lambda-Funktion, die das gerade eben beschriebene in Racket ausführt. Und so schreiben wir Lambda. Wir wissen, bei Fold L kriegt die Lambda immer zwei Parameter übergeben. Der erste Wert ist der neue aus der Liste, der gerade ausgelesen wird. Und der zweite ist der Wert, der in der Iteration davor von diesem Lambda-Ausdruck zurückgegeben wurde. Hier, kurz für Akkumulator. So, und jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Jetzt haben wir einfach ein neues Mainboard und das aktuell kleinste Mainboard. Jetzt haben wir einfach ein neues Mainboard und das aktuell kleinste Mainboard. Und jetzt wollen wir einfach den Vergleich ausführen. Also wir sagen if und jetzt wollen wir sagen, falls kleiner, Ranker von new als Ranker von ak. Also Ranker ist ja hier die übergebene Funktion. Das heißt, BestMainboard ist auch eine Funktion höheren Grades, weil sie eine Funktion erhält. Und Ranker new gibt den Score von eben dem Motherboard new zurück. Dasselbe hier. Also wir sagen, wenn der Score von new kleiner ist als der Score von dem aktuellen Minimum, naja, in diesem Fall wollen wir das neue Minimum zurückgeben. Das ist ja new, weil wir wissen, new hat einen kleineren Score. Sonst geben wir einfach wieder Ak zurück, weil wir kein kleineres gefunden haben. Und jetzt schließen wir damit die Lambda. Also Lambda kriegt das neue rein und das aktuell kleinste, also das von davor. Und wir sagen hier, falls das neue kleiner ist vom Score her als das gefundene Minimum davor, dann gibt es eben das neue kleinste Mainboard vom Score zurück. Sonst gibt es einfach das alte zurück. Und dann gehen wir weiter mit dem alten Wert. So, jetzt fehlen noch zwei Parameter beim FoldL. Der erste ist der Startwert. Und hier ist es am besten einfach zu sagen, wir fangen mit dem ersten Mainboard an. Und jetzt fehlt noch die Liste. Und da sagen wir einfach, das sind einfach alle anderen Mainboards, die nicht das erste sind. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, dass das hier nicht funktioniert, falls Mainboards eine leere Liste ist. Aber dann ist jetzt auch die Frage so, wie man das Minimum von null Elementen definiert. Man könnte natürlich sagen, was oft gemacht wird, ist, dass das Minimum von keinen Elementen unendlich ist. Also würde man hier oben noch so einen Check einführen. Man würde sagen, if empty Mainboards, dann infinity. Sonst gibt diesen das hier zurück. Der Grund, warum unendlich zurückgegeben wird, das mag vielleicht erstmal komisch klingen, aber der Grund dafür ist, dass die Definition vom Minimum ist, ja die größte Zahl, die kleiner als alle Elemente in der Liste sind. Also sagen wir ja, für 2 und 5 ist das Minimum 2. Das Minimum ist nicht 1, weil das wäre ja nicht die größte Zahl, die kleiner als alle Elemente ist. Also kleiner gleich, sorry. Deshalb ist das Minimum 2. Und die größte Zahl, die kleiner als überhaupt kein Element ist, ist ja einfach die größte Zahl, also unendlich. So, in dem Teil 2 der Aufgabe soll, bekommen wir nun eine Liste von CPUs und eine Liste von Mainboards und die Funktion Ranker übergeben. Und wir sollen nun das CPU-Mainboard-Paar zurückgeben, was den kleinsten Score besitzt. Hier hilft es sich erstmal, einfach eine Liste aller Paare zu beschaffen. Und die Liste aller Paare ist ja das kathesische Produkt von zwei Listen. Also hilft es sich hier erstmal eine Hilfsfunktion, kathesisches Produkt zu definieren, bevor wir hier weitermachen. Sagen wir einfach mal, define Cartesian Product. Und die bekommt List 1 und List 2. Oder bei Convention so. So, das kathesische Produkt zu implementieren ist nicht allzu leicht, aber wenn man da Stück für Stück dran geht, dann kann man sich das so ein bisschen selbst zusammenpuzzeln. Also sagen wir mal, wir würden uns nur ein Element aus der Liste 1 betrachten und wollen dann alle Paare haben mit den Elementen aus List 2. Also wir haben quasi Element 1 mit Element 1 aus List 2, Element 1 mit Element 2 aus List 2 und so weiter. Und da weiß man, dass diese Liste an Paaren eben genauso lang ist wie List 2, weil wir, ja, ich hoffe, das ergibt einigermaßen Sinn. Heißt es, weil wir so einen Fall haben, die Liste ist genau gleich lang, kann man hier gut Map benutzen. Was macht unsere Map? Sie kriegt hier das Lambda und sie gibt zurück. Sagen wir jetzt einfach mal kurz, temporär x ist das Element aus Liste 1, was wir gerade betrachten und y ist das aus Liste 2, was wir jetzt gerade reinkriegen. Also wollen wir jetzt hier ein Paar zurückgeben und das Paar ist ja einfach Liste xy. Und das machen wir bei Liste 2. Also wenn man jetzt mal ignoriert, dass wir x noch nicht haben, sagen wir x ist einfach ein Element aus Liste 1, dann geht Map hier durch jedes Element aus Liste 2 durch und dieser Lambda-Ausdruck gibt für jedes Element aus Liste 2 das Paar zurück, wo der erste Wert x ist und der zweite Wert das aktuell betrachtete Element aus Liste 2. So, das ist jetzt noch nicht ganz vollständig, weil das wollen wir ja jetzt für jedes Element aus Liste 1 machen und wir haben uns dieses x hier noch nicht definiert. Eine Möglichkeit wäre, hier ein zweites Map darum herumzuschreiben, was über alle Elemente in Liste 1 iteriert. Nun, nur ist das Problem, dass wir dann eben eine Liste an Listen an Paaren hätten und nicht eine Liste an Paaren, was wir eigentlich haben wollten. Und weil wir uns quasi sowas Neues zusammenfügen wollen, eignet es hier Fold L am besten. Fold L, wir sagen, wir haben hier ein Fold L und wir fangen mit einer leeren Liste an. Das werde ich gleich schreiben. Nehmen dann die ganze List 1 rein. Dann führen wir für jedes Element x aus dieser List 1 das hier aus und fügen das dann ans Ende der aktuellen Liste rein. Und dann haben wir am Ende einfach eine Liste an ganz vielen Paaren. Eben das kathesische Produkt. Also, was wollen wir hier haben? Wir wollen Lambda haben und die Lambda-Funktion nimmt einmal das neue x aus Liste 1 rein und dann die bereits generierte Liste. Was wollen wir dann machen? Wir wollen sagen, wir wollen ans Ende von der generierten Liste das hier anfügen. Also, geht das einfach mit Append. Ag Append fügt einfach zwei Listen zusammen und an Ag Appenden wir diese neue Liste, die ich gerade eben beschrieben habe. Und das war es eigentlich auch schon. Somit ist die Lambda fertig geschrieben. Jetzt fehlt noch der Anfangswert. Das ist die leere Liste. Das kann man so schreiben. Das kann man auch so schreiben. Und dann die Liste, über die iteriert werden soll. Also, List 1. Und das ist schon das ganze kathesische Produkt. Also, nochmal zusammenfassend. Fold L fängt mit einer leeren Liste an, geht dann durch jedes Element von List 1 durch, führt dann diesen Akkumulator aus, äh, den, ja, das Lambda. Als X kriegt er das neue Element aus List 1 rein und als Ag die bereits generierte Liste. Und dann fügt die Lambda-Funktion, also, anfügen klingt jetzt, ist ein bisschen falsch beschrieben, weil in Racket ja Sachen nicht verändert werden können. Aber sie gibt eine neue Liste zurück, die definiert ist als die alte Liste und danach kommt eben diese Map. Und diese Map geht durch alle Elemente aus der zweiten Liste durch und kombiniert das mit dem aktuell betrachteten Element aus Liste 1 zu den Paaren. So, dann können wir auch jetzt die eigentliche Funktion implementieren. Zur Erinnerung, wir sollen alle CPU-Mainboard-Paare nehmen, dann die herausfiltern, die zusammenpassen und dann das mit dem kleinsten Score zurückgeben. Das macht man am besten in zwei Schritten. Und wenn man Sachen in zwei Schritten machen will, dann eignet es sich, mit Local zu arbeiten, weil wir mit Local ja quasi eine lokale Variable definieren können oder Konstante. Und wir wollen erst mal anfangen und alle korrekten CPU-Mainboard-Paare in einer Konstanten speichern. Also korrekt heißt Sockel und, also die beiden Sockel sind dieselben. Also definieren wir hier mal, man nennt es Combinations und weil wir jetzt hier Sachen rausfiltern wollen, sagen wir Filter, dann käme hier eine Lambda hin, die schreiben wir gleich und die Liste, die wir filtern wollen, ist die Liste aller Paare. Also die Liste aller Paare ist ja Cartesian, sorry, Cartesian-Prod von CPUs und Mainboards. So, was ist unser Lambda? Unser Lambda kriegt ein Paar rein und jetzt wollen wir einfach prüfen, ob dieses Paar zusammenpasst. Dafür sagen wir Equal und jetzt wollen wir den Sockel der CPU haben, das wäre CPU-Socket. Wo kriegen wir die CPU her? Die CPU ist das erste Element des Paars, also sagen wir First X. Dann zum Vergleich wollen wir den Sockel des Mainboards haben, also sagen wir Mainboard-Socket. Und jetzt wollen wir das Mainboard aus dem Paar lesen, das ist der zweite Wert, also Second X. Genau. Und somit ist unser Combinations auch schon fertig. Und jetzt wollen wir wieder eine Minimumsuche ausführen und dafür können wir einfach die von hier oben kopieren, weil der das macht, was wir wollen. Nun, dass wir hier nicht Mainboards benutzen, sondern Combinations. Denkt dran, es ist okay, weil Ranker kann ja auch eine Liste an Elementen erhalten. Also funktioniert das perfekt mit einem Element oder auch mit einer Liste. Und das ist ja, was diese Combinations sind, das ist ja eine Liste an Paaren, also eine Liste an Listen. Genau. Also zusammenfassend, was wir machen, wir bestimmen erst alle möglichen Paare an CPUs und Mainboards, dann filtern wir die raus, die denselben Sockel haben, speichern das in Combinations. Dann machen wir eine Minimumsuche, die genauso funktioniert wie die Minimumsuche über die Mainboards. Nun, nur, dass wir hier statt Mainboards eben diese Paare benutzen. So, in der dritten Teilaufgabe sollen wir nun die beste Grafikkarte bestimmen und das funktioniert genauso, wie das mit den Mainboards funktioniert hat. Also können wir hier einfach Informatiker-Style den Code nehmen, hier einfügen und jetzt einfach nur gucken, dass die Variablen passen. Boom. So, fertig, hiermit. So, in der vierten und letzten Teilaufgabe sollen jetzt alle Triple an CPU, Mainboard und Grafikkarten betrachtet werden und dann das Triple mit dem kleinsten Score zurückgegeben werden. Also müssen wir eigentlich hier dasselbe machen wie in der 2, nur, dass wir hier das kathesische Produkt von 3 Listen brauchen. Das klingt erstmal schwer, aber ist relativ einfach, weil wir ja schon das kathesische Produkt von 2 Listen implementiert haben. Wir sagen einfach define Cartesian Prod List 1, List 2, List 3 und jetzt können wir das einfach durch das kathesische Produkt von 2 Listen ausdrücken. Also, wir sagen, das ist einfach das kathesische Produkt von, wir sagen einfach, also, wir bestimmen erstmal alle Paare aus List 1 und 2 und dann haben wir eine Liste an Paaren und dann verbinden wir jedes dieser Paare mit jedem Element aus der Liste 3 und so haben wir eben das kathesische Produkt von 3 Elementen. Nur, dass es nicht ganz korrekt ist, weil wir ja jetzt quasi geschachtelte Paare rauskriegen. Also, wenn wir, sagen wir mal, wir haben das als Paar, und kombinieren das mit der Zahl 3, dann ist die resultierende Liste ist ist ja das hier. Aber das ist ja kein Triple, sondern das ist ein Paar aus Liste und Zahl. Was wir eigentlich haben wollten, wer haben würden, ist sowas. Also muss quasi diese Liste hier rausgefaltet werden, so dass es nur eine, also das ist keine tiefere, keine geschachtelte Liste ist. Aber weil wir wissen, dass nun jedes Element, was wir hier rauskriegen, so aussieht, nur halt hier x, y, z, können wir jetzt Map benutzen, um jedes Element in dieser Form, in diese Form umzuwandeln. Also sagen wir einfach Map und hier kommt jetzt die Lambda-Funktion rein und x steht hier für dieses und wir wollen jetzt das zurückgeben. Vielleicht ist es ein bisschen verwirrend, weil wir sagen, hier oben einfach mal a. so. Also wir wollen eine Liste zurückgeben. Was ist das erste Element? Das erste Element ist das erste Element des ersten Elements. Also dieses erste Element dieser Liste ist das erste Element des ersten Elements dieser Liste. Also sagen wir first, first, a. dann das zweite Element ist das zweite Element des ersten Elements, also second, first, a. Und das dritte Element ist einfach das zweite Element der Input-Liste. Also sagen wir einfach second, a. So, und damit wäre der Lambda-Ausdruck auch schon fertig. Müssen wir den hier noch schließen. Und jetzt haben wir erfolgreich das kathesische Produkt von drei Listen implementiert. Die eigentliche Methode selbst, eigentlich, sorry, Funktion selbst implementieren ist dann ziemlich leicht. Wir nehmen die von hier oben für die Aufgabe 2, kopieren die hier rein. Wir wollen immer noch die Combinations filtern mit den passenden Sockeln. Nur wollen wir nun das kathesische Port 3 nehmen von CPUs, Mainboards und GPUs. Den, ähm, die Minimumsuche hier unten müssen wir überhaupt nicht verändern, die kann genau gleich bleiben. Jetzt fehlt uns noch ein Detail, und zwar filtern wir hier alle Computer, sage ich mal, zu diesen Triplen raus, die zwar beim Sockel passen, aber es ist noch nicht garantiert, dass GPU und Mainboard zusammenpassen, weil GPU hat ja eine Anzahl an Konnektoren und Mainboard auch und die müssen mindestens einen selben Konnektor haben, damit man damit einen Computer bauen kann. Also wollen wir jetzt noch eine Hilfsmethode haben, die uns sagt, ob ein Motherboard und eine Grafikkarte zusammenpassen. Sagen wir einfach mal GPU und Motherboard und Mainboard fit und die kriegt eine Grafikkarte und ein Mainboard übergeben und eine relativ leichte Lösung dafür ist, wir sagen, wir gucken uns einfach alle möglichen Kombinationen an Konnektoren an. Dies ist alle mögliche Kombinationen haben wir ja schon geschrieben. Oh, es tut mir leid, komplett vergessen, das hier Cartesian Prod 13 nennen. Hier ist es. So, dieses alle mögliche Kombinationen haben wir schon geschrieben, das ist einfach das normale kathesische Produkt, das GPU und Mainboard. Nun, wir wollen das halt nicht haben, wir wollen die Konnektoren verbinden, also sagen wir GPU Connectors GPU und wir sagen Mainboard Connectors Mainboard. Jetzt können wir hier einfach alle Paare behalten, die denselben Konnektor haben, also sagen wir Filter und hier geben wir ein Lambda rein, X und was unsere Abfrage ist, ist equal First X Second X Also zur Erinnerung X ist ein Paar an zwei Konnektoren und wir wollen einfach die Paare behalten, die sie zwei immer denselben Konnektor haben. Jetzt haben wir hier, das gibt eine Liste an allen Paaren zurück, die den selben Konnektor haben und jetzt müssen wir nur noch prüfen, ob diese Liste nicht leer ist, also sagen wir not und sagen wir empty Also falls diese Liste leer ist, also falls diese Liste nicht leer ist, dann gibt das hier false zurück, aber dann gibt das hier true zurück und das ist genau das was wir wollen, weil wenn die Liste nicht leer ist, heißt es dass wir einen passenden Connector gefunden haben. So dann bauen wir das noch hier unten ein jetzt haben wir zwei rund und wir haben einmal die Bedingungen von davor und jetzt wollen wir noch gucken ob das hier eben passt also wir sagen GPU in Mainboard fit und jetzt übergeben wir einfach die Grafikkarte das ist third X und das Mainboard das wäre second X genau und so ist die Funktion auch fertig implementiert also die Funktion funktioniert genauso wie die zweite nur dass wir eben das kathesische Produkt von drei Listen nehmen um alle Triple von CPU Mainboard GPUS zu kriegen und dann haben wir eine extra Bedingung eingeführt wo wir eben erwarten dass das Mainboard und die Grafikkarte zusammen passen und genau wie gesagt die Minimumsuche ist genau gleich so in der h4.2 wird jetzt gefragt nach einer Implementierung die FoldL oder FoldR benutzt und hier ist das einfach rekursiv hingeschrieben also hier steht der Anfangswert A0 ist 0 und dann der nächste Wert nach dem Fold ist eben VN also das Enter-Element was wir hier aus der Liste L rauslesen plus VN mal den Wert davor und das können wir eigentlich direkt so hier einschreiben also wir sagen FoldL wir sagen hier FoldL weil wir weil hier ja N immer größer wird das heißt wir gehen von links nach rechts durch die Liste würden wir hier irgendwie bei AN anfangen und hier würde dann N-1 stehen dann müssten wir FoldR benutzen so wir haben wieder Lambda und die Lambda kriegt wie immer das neue Element und das alte Element übergeben und was wir zurückgeben wollen ist die Summe aus dem neuen mit dem Produkt aus dem neuen und dem alten so wie das auf dem Blatt definiert steht unser Anfangswert A0 ist 0 und die Liste über die wir das machen wollen ist List und das war es schon die ganze Aufgabe so in der letzten Aufgabe H5 sollen wir jetzt nun noch zwei Abfragen in Racket programmieren bei der ersten sollen wir die günstigste Konfiguration als Triple wie wir hier oben schon bestimmt haben zurückgeben nur mit der Bedingung dass diese keinen DVI-Port hat also die Grafikarte hat keinen DVI-Port dafür schreiben wir uns erstmal eine Hilfsmethode contains die true zurückgibt wenn ein Element in einer Liste enthalten ist und sonst false also sagen wir die kriegt Liste X also Liste Liste und Element X und hier können wir den Trick machen wie von vorher wir sagen einfach wir filtern mit einem Lambda wir filtern mit einem Lambda eben alle Elemente raus die genau gleich sind wir nehmen jedes Element aus Liste stecken das hier rein und falls dieses Y dasselbe ist wie X dann bleibt es in der Liste drin jetzt haben wir hier einfach alle Elemente die X sind und jetzt prüfen wir ganz einfach ob diese Liste nicht leer ist also wir sagen not empty und das war schon unser contains jetzt für unseren günstigsten PC wir wissen naja der günstigste PC wird zurückgeliefert von BEST die Methode die wir hier oben geschrieben haben und wir übergeben die CPUs und die Mainboards und das wird hier nicht als Parameter übergeben sondern die sind die die hier ganz 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 oben definiert sind und jetzt wollen wir die GPUs rausfiltern die im DVI beinhalten also wollen wir hier einen Filter haben hier kommt irgendein Lambda hin und wir wollen Filter über die GPUs haben so als Lambda schreiben wir naja wir nehmen eine GPU an und wir wollen zurückgeben nicht contains contains und contains was naja contains so und contains nimmt was contains nimmt eine Liste und wir wollen ja die Liste der Konnektoren haben also sagen wir GPU Connectors GPU also x x ist ja GPU und dann das was wir suchen wollen wir sollen das Symbol DVI suchen also das sieht man hier oben ist auch so geschrieben hier da also wir gehen durch jede Grafikkarte durch und für jede gucken wir hier ob diese einen DVI Connector hat und falls das nicht der Fall ist bleibt sie in der Liste genau also haben wir hier alle Grafikkarten die kein DVI haben und das übergeben wir jetzt als Liste der Grafikkarten in Best rein und das war es auch schon mit der Aufgabe so kommen wir zur letzten Aufgabe hier sollen wir alle PC-Triple quasi bestimmen die eine Mindestanzahl an Kernen haben also wo die CPU eine Mindestanzahl an Kernen hat und die Grafikkarte mit einer bestimmten Menge an Gigaflops mitkommt also fangen wir hier wieder an wir sagen Best und eigentlich würden wir hier schreiben ja CPUs Mainboards GPUs aber jetzt haben wir ja bestimmte Bedingungen für die CPUs und deshalb übergeben wir hier eine gefilterte Version davon also sagen wir Filter Lambda CPUs und für die Lambda kommt rein wir kriegen eine CPU und wir wollen ob sie mindestens so viel Kerne hat also sagen wir größer gleich CPU Cores X Cores genau genau und so muss die Klammerung aussehen also wir haben hier unser Lambda Ausdruck bekommt CPU die List an CPUs als Input und führt das hier aus so für die Mainboards gibt es keine Anforderungen also lassen wir hier einfach Mainboards stehen und für die GPUs haben wir wieder einen Filter also wir sagen Filter was auch immer von Lambda wir gleich schreiben GPUs und dann kommt hier ein Lambda rein wir nehmen wieder in die GPU als Input und wir wollen hier hier ist die Bedingung eine Mindestanzahl an G-Flops also sagen wir größer gleich GPU G-Flops X G-Flops G-Flops X G-Flops genau ist die Anforderung dafür und das beendet auch die letzte Aufgabe und das heißt das war die ganze Hausübung Racket 6 ich hoffe man konnte einigermaßen folgen ich fand die Aufgabe beim ersten Mal auch nicht besonders einfach diese ganzen Funktionen MapFilter Fold scheinen vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend besonders wenn man sich gerade so an die Rekursion aus Racket gewöhnt hat und jetzt alles in Rekursion schreiben will aber wie man sieht sind die meisten Lösungen eigentlich sehr kurz und das liegt daran dass diese Funktionen einfach sehr 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 hilfreich sind und daher auch ganz häufig im Programmieren nicht nur in Racket verwendet werden